Wir sind jetzt hier am Stand von Furrer Schweiz. Sie importieren unter anderem Rasenmäher. Und was sie sonst noch für coole Produkte im Portfolio haben, das erzählt uns gerade Marc. Genau, ich freue mich. Ich bin Marc Furrer von der Firma Furrer Schweiz AG, Inhaber und der, der für das Ganze zuständig ist. Wir sind Importeur vom Produkt Walkr hier in der Schweiz. Das sind die wunderschönen geilen Rasenmäher, die ihr hier seht. Bekannt für ihre Langlebigkeit, für ihre Topqualität, die wir haben. Und natürlich auch für ihre Effizienz. Nebst dem Walkr, den wir importieren, importieren wir auch noch sehr neue Geräte. Das ist unser Topgerät Raymo. Der Raymo kommt aus Tschechien. Auch mit höchster Qualität, was uns in unserer Firma extrem wichtig ist. Wir wollen nur langlebige und nachhaltig produzierte Geräte importieren. Das Gerät ist vollelektrisch, löst sehr viele Probleme. Einerseits haben wir natürlich keine Probleme mit Emissionen. Andererseits kann man in einen Hang hineinfahren, bis zu 45 Grad, was sehr easy ist. Ferngesteuert, elektrisch. Was will man noch nicht? Danke euch vielmals. Kommt vorbei bei uns, Firma Furrer Schweiz, in Dinhard. Sehr cool. Danke vielmals. Das sieht sehr futuristisch aus. Sie sind sehr geil. Wirklich. Wirklich sehr, sehr cool. Und darum kommt man genau auf so eine Messe. Dass man solche Sachen mal anschauen kann, die Leute kennenlernen. Und wirklich auch mal das Ganze anzuhalten. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Darum wäre schön, wenn du nächstes Mal auf so eine Messe kommst. Bis zum nächsten Mal.